Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Heute gibt's wieder eine Runde Reaction. Ich hab heute einen überkranken, geilen Track für euch am Start. Beziehungsweise wir werden uns heute wieder einen sehr, sehr geilen Track anhören. Das Ganze ist von meinem Lieblingsproduzenten, viele wissen es mittlerweile oder sollten es wissen, Will Sparks und sogar Reese Low. Zu Will Sparks brauche ich eigentlich nichts mehr sagen. Absolut kranker, geiler Produzent, geiler DJ. Er hat eine Zusammenarbeit mit Reese Low gehabt. Reese Low ist auch ein sehr, 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 sehr geiler Produzent. Wir können uns später oder nach der Reaction noch kurz einen Track von ihm anhören, beziehungsweise kurz einen Drop. Und ich hab heute einen Song für euch vorbereitet. Was heißt vorbereitet? Ich hab heute wieder einen Track am Start, der noch nicht released ist, eine sogenannte ID. Das Ganze, da geht erstmal fette Grüße raus an Chesserisk. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Auf jeden Fall richtig korrekter Dude. Der schickt mir seit Tagen absolut kranke Tracks, man. Ähm, die noch nicht released sind. Hier der Track von Will Sparks and Reese Low. Ähm, Animal. Und, äh, ich bin gespannt. Ich würd sagen, wir gehen rein. Ich hab, äh, schon zwei, drei Sekunden reingehört. Sofort Stopp gemacht, weil ich gedacht hab, komm, da musst du eine Reaction aufnehmen, weil, Leute, ihr wisst, wenn Will Sparks einen Track rausbringt, ich krieg wieder Gänsehaut. Ich hab Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Ich würd sagen, wir gehen rein, Freunde. Drei, zwei, eins. Let's go. Alter. Der Anfang, der kickt ja mal übel. Also, ihr merkt schon, die Qualität ist natürlich, äh, nicht so gut. Das liegt natürlich daran, weil der Track noch nicht offiziell released worden ist. Ähm, wann der hochgeladen wird oder wann der rauskommt, keine Ahnung. Wenn's jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, falls jemand von euch gute Tracks, coole Tracks, coole Videos, die ein bisschen was mit Musik zu tun haben, kennt, gerne mir in die Kommentare schreiben oder mir, ähm, ne Nachricht über Instagram schicken. Höre ich mir mal an und vielleicht wird es ja dann im nächsten Reaction-Video vorkommen. Oder wir hören uns dann im nächsten Reaction-Video diesen Song an. Ähm, auf jeden Fall, jetzt genießen wir den neuen Track, man, von, äh, Will Sparks und Reese Low. Also, ich hoffe, der wird bald released, Freunde. Ich hoffe es wirklich, man. Let's go! Da. Genau das ist so typisch, Will Sparks. Moment. Jetzt. Jetzt. Okay, der kickt jetzt Vollgas. Ah, warum haben wir noch kein Wochenende, Mann? Ich will be your animal Ich will be your animal Ich hab Freunde ich hab schon wieder Gänsehaut man Es ist einfach so schön Wenn ich mitbekommen Dass es einen neuen Track geben soll Jetzt will ich ihn unbedingt haben Aber Jetzt heißt es erst noch warten Und ich hoffe wirklich dass der bald released wird Der ist ja wirklich überkrankt man Die Vocal kommt mir jetzt nicht bekannt vor Also dieses mal ist es nicht Luciana Wie im letzten Reaction Video Wo ich euch Wie hieß der Titel 5 Minutes genau Wo ich euch 5 Minutes gezeigt hab Es war ja Also die Sängerin war ja die Luciana Die erkennt man auch eigentlich sofort Aber hier Keine Ahnung wer da Die Sängerin ist Ist auf jeden Fall auch eine nice Stimme Auf jeden Fall Also der zweite Drop Freunde der zweite Drop Ich glaub Wir machen weiter Okay Freunde wir müssen den Drop nochmal anhören Beziehungsweise fill in I will be your animal Boah Ich glaube wir müssen den Drop nochmal anhören alter schwede alter schwede was war das für ein job bitte joge ich hoffe wirklich dass will sparks jetzt in den nächsten paar tagen diesen track raushaut zum beispiel der track 5minutes ist ja auch noch nicht mal released worden jetzt haben wir hier schon den nächsten animals ich habe schon gegoogelt ich habe schon auf seinem instagram profil vorbeigeschaut ob irgendwie eine kleine ankündigung oder teaser am start ist leider noch gar nichts deswegen wird es wahrscheinlich echt noch dauern aber ich kann euch ein schon mal sagen wenn es den track zu kaufen gibt der wird safe in meiner playlist dann safe das heißt nächstes mal wenn ich irgendwo gekappt geburtstag im club kann man ja leider gerade nicht auflegen aber leute das ist safe ein track den ich mir meine playlist rein baller aber sowas von also noch mal grüße gehen raus an chesse wisk er hat mir den track zugeschickt bzw die info gegeben dass dieser track vielleicht bald rauskommen soll und zwar ich kann euch das noch mal kurz zeigen es hat nämlich irgendwer also irgendeiner hat ein video hochgeladen wo will sparks das auf seinem festival gig abgespielt hat das können wir uns auch noch mal kurz anschauen also der track ist fertig der track ist fertig produziert fertig gemixt gemastert ich glaube da es wird echt nicht mehr lang dauern ich hoffe es jetzt war blöde frage das video wurde 2019 hochgeladen was ist das finde schlechte qualität also da hat man meinen meinen uraltes samsung s6 handy noch eine bessere qualität am start junge gibt euch mal die crowd man wie die abgeht oder die moves sind halt richtig lässig man man hätte ich jetzt bock auf ein festival in diesem sinne würde ich sagen freunde das war's von der heutigen reaction wie gesagt falls ihr tracks habt falls ihr videos habt auf die ich reacken soll die natürlich ein bisschen was mit musik zu tun haben gerne mir schicken gerne kommentieren oder keine ahnung was ruft mich an ihr habt ihr nicht mal meine nummer ich melde mich jetzt ab freunde ihr könnt mir gerne noch eure meinung zu diesem track von will sparks and re slow in die kommentare schreiben was sagt ihr zu diesem track feiert ihr das oder ist es überhaupt nicht eure richtung wir sehen uns zum nächsten video freunde haut rein bis dann peace